Ja, Rassava, Dark, ist mir jetzt egal. Ist ja weg. Oh Gott. Äh, ich bin schon fast bei Skingrad. Das gefällt mir natürlich extrem. Ich will doch nur diesen dreckigen Schrein. Ich will doch nur diesen dreckigen Quest. Mehr will ich doch nicht. Der gönnt mich alle mal. Wo kommt die überhaupt alle her? Es ist ja viel zu viele. Das ist nicht wahr. Das nervt mich ziemlich ab. La la la. So, Leute, was macht mir heute noch so? Nichts mehr. Ja, finde ich cool. Ich habe auch nichts Besonderes mehr vor, außer dass ich vielleicht irgendwann mal in dem Scheiß Schrein da ankomme. Die Wachen verfolgen mich jetzt so lange, bis ich Endtäter aufgebe oder sterbe. Ich drehe einfach gar nicht... Ich schaue mich gar nicht mehr um. Nein. Oh, ich bin außerhalb des Kampfes. Geil. Wenn ich den Quest habe, dann können die mich von mir aus festnehmen. Ist mir scheißegal. Ich zahle einfach das Geld. Aber, bis dahin. Nein. Ich bin da mal runter. So, jetzt stelle ich mich mal vor diese nette, alte Frau. Suche ich erst mal ein bisschen Wein. Nein. Ah, das ist viel besser. Jetzt seid ihr abstoßend. Zumindest ziemlich. Andere werden euch widerlich und abscheulich finden. Namira könnte... Geht nur. Nein, nein. Nein. Seht euch vor. Wunderbar. Ihr wagt es, an meinen Schrein zu treten, Kind des Lichtes? Ja. Ihr, der ihr auf dieser Ebene im Licht der warmen, grausamen Sonne wandelt, beweist mir, dass ihr meine Gunst verdient. Seit vielen Jahren leben meine Vergessenen unbehelligt in Angar. Sie verehren mich von der Dunkelheit aus, wo sie sich in Elend und Schmutz ahlen. Nun jedoch wollen einige Licht in ihr Dunkel bringen. Priester des Arkei sind in ihr Reich des Schmutzes eingedrungen. Ich will, dass ihr meinen Vergessenen helft, diese Priester des Lichtes zu töten. Belegt die Priester mit diesem Zauber. Erlaubt es meinen geliebten Vergessenen, die Eindringlinge zu töten. Sobald dies erledigt ist, werde ich euch für eure Mühen belohnen. Als sie besprochen war, erzählte Namira mir von den Vergessenen einer Gruppe von Natschei Jünger, die in der Dunkelheit von Angar leben. Einige Priester von Arkei planen, Licht nach Angar zu bringen und die Vergessenen zu retten. Ihr sollt den Zauber, den Namira mir gab, den gegen die Priester anwenden und die Vergessenen ihnen dann den Rest geben lassen. Hört sich ziemlich einfach an. Römer speichern. Sehr schön. So, wo soll ich denn hin? Aha, okay. Erstmal gehe ich schnell nach Bruma, dann kann ich damit Geld abzahlen und dann verpisse ich mich da hin. Was noch von dir bekommt? Ich weiß es gar nicht mehr. War Angar nicht sogar... Gruß euch. Sag mir bitte einfach nicht, dass es ist. Es ist aus... Ja, äh, Gold bezahlen. Das ist das. Ähm... Also entweder war es Angara oder irgendwer. Ich meine aber es war Angara. Ähm, den... Oh, Gegenstand. Können wir, äh... Oder werden wir noch für einen bestimmten Quest brauchen. Ja. Für einen Hauptquest sogar. Muss man dazu sagen. So. Da ja direkt in der Nähe, äh, Eisfeier Waldwiese ist, reisen wir erstmal dahin. Und von daraus, äh, verpissen wir uns dann. So, und ab geht die Post. Also ich hoffe wirklich, dass der Dingens, äh, der Musik... Also der Kampfsound, äh, wirklich drin ist, weil, äh, ich hab keinen Bock, dass der Schmieler fehlt. Weil der ist wirklich geil. Der passt sich einfach der Situation an. Und ich will nicht, dass er dann weg ist, weil ich find den toll. Ich mag den. Ich find den wirklich gut, also... Der Jeremy Soul, der... Der ist ja einfach super. Kann man nichts gegen sagen. Oder dürft. So, da stehen wir. Anger schon. Angera, Anger... Je nachdem. Sehen wir ja da vorne schon. Und wegen Zapperngebucht, überhaupt gemeint. Die leere... Äh, 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 äh... Da ist nichts. Ergreifen Feierball, oh! Namira's Leichentuch. Namira's shroud in one footh for 120 seconds on the ziel. This is no problem for me. I will kill those idiots and make them suffer from pain. Yo. Oh, nein. Wir wollten nicht unter den Dunkelheit, Klaus, nein! Hey, klinge, elbem Priester des Lichts! Bastert sind frohe! Nein! Ah, Kai! Oh, du bist eigentlich dieser Priester. Behüt und... Nein! Rette mich, oh Herr! Und die Ar-Kai, Ar-Kai, beschütze mich! Nein! Dein Licht! Rette mich, oh Herr! Dein Licht! Rette mich, oh Herr! Wie geil! Ich weiß, ich muss jetzt den ganzen Tempel so säubern. Das gefällt mir. Die beiden leiden fast. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Wo bin ich? Wow. Es schmerzt uns. Hilf uns! Nein! Es schmerzt uns! Nein! Nein! Puh! Ah, die können also nicht im Licht angreifen. Mit dir halt entfackeln. Das heißt aber, wenn die fuckeln weg sind, und es totale Dunkelheit herrscht, Außer wenn ich jetzt verleuchten würde, dann... Oh ja. Da kann ich das verstehen. So. Es werden wohl noch mehr Säult hier drin rumriechen. Im Sinne von diesen dreckigen Priestern. Ich hasse Licht. Bäh. Ich würde auch das Leben in der Dunkelheit bevorzugen, ganz ehrlich. Ach ja, meine lieben Leute, wir finden schon noch, was wir suchen. Oh, da geht's raus. Ah, bin ich heute wieder ein Trottel? Ja, definitiv. Ja, diese Arkay-Typen sind noch nicht gerade besser. Ich meine, wir nennen schon sein Gott schon Arkay. Arkay. Wo sind denn diese trotteligen Priester? Priesterschen! Komm doch mal her zum Spielen. Put, 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 put. Oh, komm her. Ja, ja, komm her. Komm, ich hab was zum Spielen. Put, 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 put. Ja, hallo, kleines Priesterchen. Da bist du ja. Da bist du ja. Na, Arkay, beschütze mich. Er ist tot. Arkay, Arkay. Arkay. Oh mein Gott, Arkay. Oh mein Gott, Arkay. Oh mein Gott, Arkay. Verlasst uns. Oh. Äh. Oh, ein Sack. Oh. Oh, du kommst auch noch her in die Truhe. Wo ist denn der letzte? Oh. Oh. Oh, oh, oh. Das ist doch mal ein schöner Alter. Der muss ja jetzt ausgelöst. Mal schauen. Ist nichts, hier ist nichts. Ist nichts. Ist nichts. Ist nichts. Irgendwas hab ich doch getan. Arkay, behüte und geschirme, diese verlorenen Seen. Mein Gott, nein! Mein Gott. Hey, ihr dummen Verlassenen. Hey, ihr Pfosten, schaut mal. Beim Licht. Rette mich, oh Herr. Na komm, verflügelt ihn. Bam, 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 ihr Face. Bam, 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 ihr Face. Beim Licht. Bam, 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 ihr Face. War's das dann? No, definitiv nicht. Aber es ist so, ich soll jetzt umschreien. Ja, perfekt. Kann ich wieder für die Munden heilen gehen und dann hat sich das. Ja, das war doch ein ziemlich einfacher Quest, muss ich sagen. Wir müssten nichts tun. Aber gut, den einen Zauber, da Karsten, aber hey. Brennt hierzu, der große Forst. Namiras Schrei. Wenn er einem Gegner genug Schatten zufügt, fängt er an zu tun, meh? Ja, du. Ihr habt meinen Jüngern die makellose Dunkelheit zurückgegeben. Klar. Die Vergessenen können wieder in ihrem Elend schwelgen. Nehmt meinen Ring. Möge er jene quälen, die euch Qualen zufügen wollen. Ihr habt Namiras Segen. Mirro ist meine Anstrengung zu schätzen. Ich wurde mit dem Ring von Namira belohnt. Was bringt ihr denn, Ring? Schaden reflektieren, 12, Zauber widerspiegeln, 10%. Aber dafür könnte ich ja nichts raushauen. Das ist das Problem. Die beiden da oben, die möchte ich ungern verlieren. Und Schaden widerspiegeln, 12%. Nein, das ist... Die Gegner machen schon auch nicht Schaden, aber... Nee. Aber, cool. Also den Gewehr haben wir da auch abgeschlossen, so. Äh... Ach, wisst ihr was, Leute? Das war's jetzt mal. Bis zum nächsten Mal bei The Elder Scrolls 4 Oblivion.